Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 13. August 2022. Ein düsteres Geheimnis aus dem Leben von Lilac lässt sich nicht länger leugnen. Wie jetzt bekannt wurde, bekommt sie recht schnell Angst, schneller als die meisten anderen Bewohner. Unser Mi-Nachrichten-Team hielt es selbst für unwahrscheinlich, bis es ihnen gelang, die Reaktion von Lilac selbst im Bild festzuhalten. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Bei dieser Meldung bekomme ich Herzflattern. Juhu, seht ihr auch zu? Danke fürs Zuschauen. Ich bin Oboge Ann. Der 13. August war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.